Grüezi miteinander, herzlich willkommen auch in der Redaktion von der Pop-Zeitung in Basel. Ich hoffe, Sie haben Ostern gut überstanden, sind gut endlich im Frühling gelandet. Der Nachteil, wenn draussen die Sonne wieder scheint, man sieht auch drinnen, ob geputzt worden ist oder nicht. In der aktuellen Unscabe widmen wir uns an einem Thema, das man entweder liebt oder hasst am Thema Putzen. Man lädt das Putzen eigentlich aufs nächste Level hoch mit der Alina Glavadetscher. Sie ist nachgewiesenermassen die beste Reinigungskraft der Schweiz. Und sie gibt Tipps und Tricks für den perfekten Frühlingsputz. Eins kann ich Ihnen schon verraten. Einfacher, leichter wird der Frühlingsputz nicht unbedingt, aber garantiert sauberer. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche mit der Pop-Zeitung.